Wissen wie es triechst du fast muss? Naja, mal Shift Ah ok Nee warte, die wissen ja, die wissen ja nicht Deswegen fuhren sie mal lieber nur da kommt der Lotto raus schön aus ihr wollt so ein kleines system wie sich wohl ein bisschen ausbauen und ja ich bin ein bisschen offen wird da so halbst du gut also wo man trotz geschehen die machen wir können dann mal ein bisschen doser person kapitel und so kann daran die hahnung nach scheier die warte schützt man kann schmort erd dennoch viel gestaltet dass der ganze und wir haben es wie Popo machen bis bei den Dingen hier und Tristan hier zwei Ebenen aussehen aber das ist schön Popo ausgesagt und dann ja wir gucken ob es für sie klang klar gab es zu machen Schlafraum Apropos willst du dann und wo gleich dann schlafen das machen wir noch ziemlich scharf hier noch ok äh du noch willst die Lager hier setzen warte Loren, führbar oben oder weh ähm ne ne schon der weh raus von uns hier bei die eigenen Minze ähm was ihr könnt machen äh äh Mike ist schon äh pass auf euch schau mal hier ich euch ein bisschen hier nach hinten ich würde gerade mal mit der Panzer auffallen ach ich muss das Loch da zu machen ich muss das Loch da zu machen holy crap ich muss das Loch da zu machen da hier so ich muss das Loch machen hier ich muss das Loch machen 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 und habe mir dann so geändert Ich brauche den hier schon ein bisschen aus. Die wird schön gut gemacht. Du meinst schon nur noch in einem anderen Boden dran. Das ist schon die schönste wie überall, wo ich kriegen kann. Ich brauche das nicht mehr. Ich brauche das nicht mehr. Dann muss ich das nicht mehr machen. Ich brauche nur noch einen Pigaxe machen. Wie gesagt, ich brauche das nicht mehr. Ich brauche das nicht mehr. Ja, okay. Oh, das ist ein schönes Beschluss. Ja. Mike. Oh, danke, Craig. This is everything. Okay? Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Gibt's dann tatsächlich weh durchgemahrende Künstlerhof? Schön aufgetrennt, mir dürfte mal ein bisschen Gäxt. Das war schon so ein Abgang, gell? Mir ist schon so ein Untergang. Das ist mir romantisch, wenn ich frage, äh... Mir soll ich jetzt Männer haben. Schon ein Problem von meiner Logik, muss ich schon verstehen. Hey, ja. Drei, eins, zwei, drei. Ähm... Okay, so ein Stuhl noch. Bannst du mal im Klang wohnen? Was ist denn da oben drin? Bannst du mal im Klang liebesnast? Ähm, Sprachglas. 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 Ähm... Ähm... Sprachspezial-Tolz, sprach der Totenholz. Wo ist auch genug dein Kandis? Zocka, du. Oder wie ist das? Kanzi. Kanzi, 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 was du doch so erzählen wüscht. Ähm... Da. Da hat sie ja schon mal bisschen, äh, Gläsheit da geschmoss. Sprachbissi Gläs. Und... Ähm, ab. Gut. Ähm, noch Highline-Start noch wasch. Wie weit passt du mit dem Demon Hunter, Jérôme? Noch einmal 106. Noch einmal nicht weiterkommen. Passt aber los. Mhm. Du wirst nicht überhaupt, dass ich schnell bin. So ähnlich. So ähnlich. Und dann... Ähm... Hier noch was. Und dann... Du was. Und dann hier auch noch was. Ja. Ich meine, heute klingt Paradeis. Ich kann das Paradeiser. Das sind schöne Appel. Ich kann das nicht mehr so schnell. Und dann... Äh... Äh... Die andere Seite, wo... Direkt von Starcans, was ist hier noch eine Idee? Wo war's? Du kann doch noch ähm... Ich kann auch den Raum hinmachen. Und das ist sogar noch eine Klangverknüpfung, ähm... Wo drüber geht. Und da wurde die蛇. Vergeint. Der Server hat mit dem Vergleich gespeichert. Vergeint... Vergeint. Der wird alles hermacht Holz. Alles geklebt. In der Fungshatter ist es noch zu sich. Und da warte geht es nicht... Wollen wir machen? Oder gar nicht? Man kann gar nicht machen. Schöne Polette, gar nicht. Oh Gott, sieht geil aus. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Breed auf den Blick her. Mist, Kuh an. Warte, 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 warte. Das ist ein grosser Schlafnisch, wo ich heute. Geht herum. Oh, der Allianzers Scheiss. Ist das so dämlich, weil PVP angeht, das Wahnsinn. Nein, nein, nein. Du verwisselst. Die Allianzers dem Jean PVP, wann sie PVP muss machen. Da das Klang noch ein Unterschied. Oder so. Also das Allianz relativ gut. Wird ganz. Warte mal. Sehr gut. Und so. Warte mal, dein Pallo. Sehr gut. Und dann kannst du mal an deinen Pallo ... ... Ok, jetzt gucken, da ist 1, 2, 3, und dann ist es Häuschen ab. Ok, jetzt kannst du dann direkt drauf. Dann gibt es heute noch die alte Wand. Die alte Wand. Die alte Wand gibt es mit Dingen gemacht, mit Granit. Hier machen wir dann auch so ein kleines Terras aus Holz. Aber hier gibt es schon mit Geläser und so gemacht. Und ja, die kleine Raum, oder? Und was ist das für die Gestaltung? Warte, komm mal. Herr Jürgen, wenn Sie auch noch in den Raum, wenn Sie die Zeugnis bringen, denn heute, gell? Und wenn Sie die anderen von Ihnen in den heutigen Raum halten, dann warte ich noch mal. Schau mal. Wenn Sie drinnen. Nein, warte. Du bist hier. Das ist cool. Noch lauter Platz. Wirklich richtig viel Platz. Wie gesagt, heute kann ich tatsächlich das ganz toll lernen. Das ist mit ihm verbunden, zum Beispiel. Wie gesagt, das tut ein Teil, das ist nur ein Besonderheit heute. Von einem Kreistier. Wir haben das zu schaffen. Mit dem Platz, wirklich. von einem Mathematikverbund. Es ist doch Platz. Ich denke nicht, wir haben das sowieso nicht online aus. Was? Wo bin ich? Ich habe nicht abgesucht. Hm? Okay. Ich komme mal herauf. Wo warst du? Ich komme. Ich schlafe in der Schiene nur. Nein, nein, nein. Komm da rein. Du hast doch Lohre. Na ja, da komm. Sitz da dran. Ich muss da rein kommen. Mhm. Mm-hmm. Das ist jetzt der Trainer. Ja, direkt knapp streichen. Wieiiiii. Wieiii. Wieiiiii. Wieiiiii. Was ist denn, Daniel? Ich weiß. Wieiiiii. Äh. WTF? Hey. Sie gestorben Mengenlohre Schon aus ihrer Gestalt Das ist ein Hei, da kannst du dann Die Dinge, da geht es auch Cool, cool, cool Nice, nice Ich muss auch noch zurückklappen, dass du dann einen Lohre schicken kannst, man denkt, du, wirst du dann Nee, normalerweise, wenn dann Lohre geht Soll man mal, sie geht dann auf die Platz kommen Dann wirst du klappen, dass dann, wenn du da Dann wirst du dann durch einen Triech da Wenn du dann auch gekommen bist Durch einen Triech da schon direkt You know, wo ich dann so ein Kohl Äh, ja Theoretisch aber ist miese Klappen Praktisch, hast du immer so gesagt Theoretisch ja Du bist dann auch ein Triech da, gell? Äh Direkt von Wank, okay Ich kann es aber auch waschwellen Ich habe keine Probleme Ist das, wenn du dann Soll mal Heio platzen könnt Ja Also wenn sie Lohre Stehen in Lohre dahinter Und ich stehe rup, dreck Und dann zack Ja Dann läuft sie dort durch Du stuhl Ja Du musst dann dort Auf der Platz und Triech da sehen Den dort die Lohre hinweist Ähm Moment, Moment Die machen sie ein Triech da Wollen wir sehen Du hast einen Triech da Du hast die Birkbank, die du allgemacht hast Ah, die machen sie meine Birkbank Äh, warte, Moment Äh, warte, Moment Äh, was ich gebraucht Äh, was ich gebraucht Ja, deswegen, wo ich immer Wo ich immer dabei bin Wo hochverscheinend Ich habe einen Bootlock Hier hat Jérôme Du passt in den Turm Jetzt haben wir sie schon abgedeilt Jetzt haben wir sie schon abgedeilt Jetzt haben wir sie schon abgedeilt Und Jérôme kriegt neig, Jérôme muss äh Oh ja, dann ist das so in mein Karabiertum Ähm, so Und der könnte dann da Hopp Ja Und da muss so ein Triech da dabei sein Und den Okay, dann machen wir das anders Ähm So, haben wir die zwei Sachen Da können Da könnt Du für dich nur denke Weil ein Triech da kannst du ja rüber Richtung Block machen Normalerweise Ähm Ja Ähm Ja Ja Ja, das klappt Ja So Dann Wie du So Äh, du geht in Europa, gell Ja Das hat was Muss ein Triech da nicht innen drin mal sehen Ach, was ich gerade zuh Das geht aber schlecht Was soll es machen? Was soll es machen? Na Was soll es machen? Nee, in drinnen ist ein Wetzterkabel Setz du jetzt und so Sério, du kannst ja ganz schlut äh Zwei Blicke rüber setzen, nur ane. Ach, da könnt die Antriebsschiene auch zwei Blicke noch ane, mit der Fakkel ane. Das ist so, wenn du halt drückst, wie die Antriebsschiene unten guckst, wie heißt das, jo? Da versetzt halt ganz eben ein bisschen an mit dem Antrieb. Dann hast die Fakkel auch noch ane, ane. Da setzt die Fakkel wieder ane Platz. Echt? 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 Halt Geduld. Halt Geduld. Echt? 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 Da tut mir's d'urgon. Halt Geduld. Echt? Das klappt ja auch nicht. Wenn es riecht, da musst du direkt, äh, auf der Meinen Karre sein, an dem Tisch, da können ja keine Kinder sind dann. Und dann, äh, ich mein'n, äh, das, äh, äh, ich mein'n, äh, ich mein'n, äh, 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 äh. Ehm, äh, 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 ähm, äh, 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 äh. Jo, ich gebe so und dann los, dann los, dann los, meinst du? Ja, geht doch meinst du durch, ne? Ja, ich kann nie genug Minecraft spielen. Ich bin persönlich nicht. Ähm, jo, ich guck schluss noch schnell den, den Ding her, fertig zu machen, mein, mein Abgang, mein Neuergang, wie immer der, wie immer der durch deine Wölz, gell? Mhm. Allee, dann, bis jetzt. Tschüss, tschau, tschüss. Tschüss. Tschüss, Mike.